ok ich nehme ab jetzt auf so herzlich willkommen zu einem neuen clip sozusagen auf diesem kanal und zwar den mach mal du rein und zwar wie ihr seht habe ich einen neuen gips bekommen aber ist ja noch dasselbe feature deswegen ja wir probieren uns heute mal wieder in verschiedenen abschnitten weil ich muss noch lernen aber wir probieren dann möglichst diese sie mal zu holen ja deswegen machen wir das jetzt auch nur noch im normal sonst noch 80 tage dran oder ein ganzes jahr an dieser drecksaufnahme und hallo herzlich willkommen zu meinem neuen livestream ja irgendwas halt weiß gerade auch was halt wie wir halt auch ganz leicht aber nicht so fest zum glück ja bei mir ja bei mir auch ganz ganz leicht ja die geschichte doch geschichte jetzt wollen wir spiel mal durch was es gut ja wie gesagt ich jetzt 30 minuten ja und dann können wir dennoch ich mache mit ihr mit noch heute noch wenn du auf gleich noch nicht woggi dann komme ich wieder online mit ihr aber ich werde wahrscheinlich nur 15 minuten woggi lernen englisch ja da macht noch 15 ja das stimmt und dann wenn du den noch wieder halb schon um den noch normal halb schon aufgast dann mache ich die irgendwie heißt denn du nicht auch bis sie lernen dass man immer so innen schießt ich habe geschissen eine waffe ich bin über dir sagt mir wenn du eine zweite waffe da unten folgen welche wohl die an eine hand der andere kommt ja kommt dazu mehr und zu mir ja eine halbe sekunde leute schuldet adu schau mir ist trinkt trink ich okay nicht mit 200 folgen Du bist ja offensiver. Kannst du mir ein paar Mets droppen? Ja, der ist selber nur riesig. Entschuldigung. Ja, okay. Es läuft gerade bei mir auch nicht so gut. Ich nehme mal ein paar Bandys mit. Hier oben sollte noch irgendwo ein Gegner sein. Hier ein V-Schiss gehört. Ich wollte da irgendwo. Ja, da. Wie dir? Skibreak, der linke, äh, der pinke Skibreak. Ich, ich, ich gehe sie von der Seite pushen. Easy. Der ein tot. Oh, danke. Ey. Okay. Ey, da könnte sogar noch eine gute Runde werden. Warte, ich habe einen Biggie für dich. Brauchst du noch eine Mini? Nee, ich hätte noch einen. Ah, den nehme ich nicht. Oh, scheiße. Jetzt brauche ich nur mit. Ich bin jetzt Double, MP und Tue. Ja, ich habe auch 0. Also, ich habe knapp 100. Nicht mal. Ich habe mir ein epische Ding geholt. SMG. Ist mega billig. Oh, ich habe einen blauen. Scheiße, ich habe sie mir zweimal gehört. Echt? Ja, scheiße. Egal, du. Du spielst schon eh doppelt. Echt, da irgendwo kommt einer. Ich gehöre Spider-Man. Okay, egal. Da, vor mir. Hier. Oh, 34 hat es schon. Ach, es kommt nochmal eine. Oh mein Gott, ist Double, MP okay. Du musst einfach immer schnell wieder aufladen. Ich muss kurz nachladen. Ja, nein. Nice. Ey, schon wieder Schüsse. Ich nehme Spider-Man nicht mit. Ich bin nicht so Spider-Man Fan momentan. Ja, ich nehme sie mit. Oh, hinter mir ist einer. Ich bin beschossen worden. Ich muss ganz kurz Mad Kick gehen. Sorry. Gerade ganzes Duo. Pass auf. Ewe tot. Hol sie dir. Egal. Oh mein Gott. Der eine Sohn lebt. Aber eigentlich kriegst du noch die Runde. Ja. Mach direkt parat. Ich sehe. Ich habe vier Kills gehabt. Was? Ich gucke ganz kurz. Ich habe da zwei. Ist auch gut. Sechs Kills eigentlich. Ich mache dann auch mal eine Challenge da. Mus und Kibos. Ich mache dann auch mal eine Challenge da. Okay. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Nicht. Ich kann eh nur Kills rein. Und eh einen Sieg. Echt? Ja. Das ist die Kills, die wir jetzt gemacht haben. Das kommt auch rein? Ja. Also halt mal. Ja, die Idee. Ja, außer du, wenn du auch live oder? Wenn du willst kannst. Du könntest auch noch meine Hälfte. Du kannst mir Clips schicken. Du kannst mir Clips schicken. Ich kann halt keine Clips machen. Das ist mein Problem. Ah, ja. PS aus. Ah, ja. Ah, du könntest nicht. Ich könnte Clips aus deinem. Livestream machen. Ja, theoretisch. Ich bin schon. Nee. Aber du musst nicht. Ich glaube, ich habe insgesamt auch irgendwie 400 Kills oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ja, nein. Gehen wir dort. Ja, weil du aus Versehen gesprungen bist, du Loob. Nein, ich bin nicht aus Versehen gesprungen. Ich wollte unbedingt nicht so weit gehen. Okay. Nein, ist echt so. Nice. Nice, nice. Nice, nice. Wie der Team jetzt sagt. Nice, nice. Nein, nicht Tim, Digga. Man darf deinen Namen nicht sagen. Flexi. Jetzt hast du gerade den Namen gesagt, du Esel. Ja, ist doch scheißegal. Der schaut ja eh nicht deine Streams. Ja. Ey. Nein. Es schaut ja gerade bald. Nein, es schaut gerade niemand zu. Aber es gibt ein paar Leute, die schaut nachher den Stream an von mir, oder? Und jetzt... Eber alle, wenn ihr es wissen, wenn ihr kennt, vielleicht Flexi. Er würde jetzt nur seinen Namen sagen. Wenn ihr ganz gut zugehört habt, wüsst ihr jetzt seinen Namen. Aus Versehen geleakt, sagt sie ihm aber nicht. Nice, nice. Ja. Ist halt echt so. Das nervt doch nicht so. Das einzige, was man in seinen Tüben hört. Oh mein Gott, was für ein Carry. Was für ein Carry von mir. Ist tot. Ich habe kein Ding mehr. Kein. Munition. Ist tot. Der 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 ist tot. Er hat nichts für einen Personen. Der ist tot. Da ist tot. Der ist tot. Zuruf hattest du davon grüne tag ja wie sie aber der käme war gerade schon ein bisschen krass ich gehe mir gerade mit ihr geht okay ich habe es oben ich gehe anders ich habe 30 leben warte, ich habe doch das aufgerufen, ah nein, durch das display egal, ich kann mitnehmen, ich habe nur ein mini, jetzt habe ich keinen mehr dabei ja, ich habe das aufgerufen auch dabei, das heißt nur medikit ja, easy, nehme ich mit hast du sonst noch ein mini? nein, ich habe 5 minis ja, drop mir einen nein, warum wird schon ein mini? weil ich einen brauche, zum einnehmen aha ey, wie soll ich das jetzt machen? der egal, ich kann noch einen mitnehmen, ich kann noch einen mitnehmen ich brauche mir einfach einen was, aufgerufen? nein, irgendwas kannst du mir geben okay, gib mir aufgerufen ja, ich habe spray und medkit egal, wie viele meds hast du? nicht so viele, aber lange geführend kampf so da liegt ein biggi ganz schön biggi genommen ich kann ihn mir alles geben was am inneren camp scheisse ist, wenn man sieht mein Leben nicht hast du geschossen? äh, ja ja niemand sieht dein Leben nicht ah, du hast die unten links ich sehe sie selber im bildschirm uuuh ich habe ja keinen zweiten monitor stimmt, ich sehe sie ja auch halt über oben ja und wenn du keinen zweiten monitor hast wärst du sie halt auch sehen ich nehme doch zwei jungen brunnen mit nein, ich nehme lieber ein biggi mit ja, da gibt es einen jungen brunnen warte, dann habe ich da ein medkit zwei jungen brunnen blu, ein blu läuft durch green life eigentlich in die minis und bigis mit da gibt es auch nochmal ein medkit was hast du für heal? äh also jetzt habe ich ein spray und zwei jungen brunnen warum machst du das? du bist jetzt doch eh schon voll ja ja die nur die nur abbaue zum meds aha ich dass kein gegner sie holen kann ja sorry aber aber ich habe es einfach für meds genommen warte, ich droppe dir sonst 100 da hat es jetzt einen neuen ja ich habe einen neuen hier ist ein biggi 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 wo ist der biggi? ein biggi ja ich habe markiert ich sehe es einfach dort du hast zwei sachen markiert ja dort bei der maschinenpistole ja ich habe halt noch lilan ihr neue blaue smg also so maschinenpistole halt ja ich auch immer ich werde gejagt immer ich werde gejagt kolleg hast du gesniped? nein ich bin am schweine abschiessen aha ah doch hier ist ein gegner bei dir? oder aus meiner richtung oder aus meiner richtung hier kam fließe ich nochmal ins schweine mörder unterwegs ich muss nur noch einen kurzen baum umhauen ich glaube die tine sind eine aufgabe die tine sind gegner wo? nehm ich mit ok komm jetzt schnell schau 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 egal wir machen die mission ist halt nöt oder doch ich muss es das wirkes urteil ich habe jetzt eine mission gemacht ich auch da hier von da sind schüsse kam ja hier links bei den vielen bäumen guck von da etwa oder wo sind die scheiße ja warte ich helfe dir kurz wenn ihr mir einen hit gebet ich werde zu aggressiver gedille hier ist noch einer ok komm mit dem jump pad scheiße ich habe keine maschinenpistole im mund mehr ja ich hatte ja geh an 200 ja ich habe nur 8 ja da und pump habe ich auch sehr wenig ok ja danke das ist direkt so oh ich gehe auf den berg da kann ich runter wir fahren jetzt durch shifty ich schaue dann ich gehe jetzt mit der hängebrücke ab und schaue ja warte ich habe die falsche die gange ich ok ich sehe jemand hier ist in der chest ja ich sehe auch chest das gibt es doch nicht nur drei kills man ja nur eine ja weil ich dich am anfang gleich gekehrt habe ja ich gehe auf den ich gehe auf den ich gehe auf den Schiffreit? Oh, er ist so low. Er ist noch lower. Dai! Ist er noch mal eine? Wo? Wenn du Spider-Man, wird schneller, wird das hin? Nö, kein Platz. Digga von wo? Ich geh da hin, dass ich die Schüsse geh da. Richtig so. Jetzt hinten wird rumgeschossen. Und meine gejagten Dinge werden auch immer höher. Ja, da sind sie, da sind sie. Da, er kommt, er geht die Karte holen. Ich hab ihn von hinten so gelasert. Er kommt zu dir, er kommt dich pushen. Er hat den größten Lasermann, den man sich vorstellen kann. Komm, komm, komm. Ich bin tot, er fühlt nicht. Es hat sich nachgeschaut. Fick ihn. Dafür, dass er mich gefühlt hat. Ich nehme die lila SMG und gehe mich direkt mit den Guten. Aber da muss ich schon ins Stream. Ich meine, der hat... Weil jetzt sieht man es ja. Ja. Okay, wo ist der Rebob Bus? Markiere ja keiner. Hier in Shifty wäre der Nächste. Ja, warte, eine Idee. Und sonst, ich gucke noch wegen der Zone. Shifty, wo? Hast du markiert? Ja. Aber sonst hier ist in der Zone. Aber, ja. Aber, ja. Geh mal irgendwo. Hau dich im Gegner. Oh. Oh mein Gott. Lächerlich, diese Season. Hau ab, Digga. Hau ab. Ey, was mach ich? Es ist so lächerlich, Mann. So traurig einfach. Eine Runde kann ich noch. Ja, ja. Ey, aber meinen Spitzhack musst du schon reinnehmen. Ja, den nehme ich safe, Freund. Ich... 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 Disrespekte ihn einfach. Oh, scheiße. So. Nimmst du nur aus allen Streams oder in die Highlights, Alina? Mhm. Nur seit ich den Gips hab. Ja, aber sieh du. Mach Ali. Oder nicht Highlights. Einfach jeden Kill. Vielleicht wird er noch eine recht lange Montage. Ja, ich mach nicht so krass auf Montage. Angelehnt, aber... Ja, schon so... Eigentlich sind die noch richtig... Die sind noch richtig los. Die hören nur Spray. Der ist aber gut, eigentlich. Ähm... Sleepy Sound. Ich bin auch mal eine runde Kollege. Ich bin nicht drin. Ja, ich hab grad verlassen. Ja, ich auch. Ja, dann lass kurz nicht auffüllen. Ja. Mach's kurz. Die, mach's kurz. Nicht auffüllen. Ja. Ich hab ganz dringet. Ja. Ja. Ich hab ganz dringet. Ja. Fuck. Finde mal. Hat der Nuno mit dem Mitspieler schon, okay? Nein. Ja, okay, ich muss ja eh gleich auf. Hallo, Nuno. 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 Mit einem Trinktix hier. Entschuldigung. Mit Humming Battle Pass. Nuno. Na, ich war's. Es ging ja okay, aber kein Battle Pass. Ja, kein Gold habe. Machen wir die Pass nur mit Weltschenkeleiner. Okay. Da fängt der Nuno dort. Hä? Wer komme ich ins Kind vor dir? Ja, warum ist das? Es geht halt nur Scheiß. Na, der Rot ist geil. Ja. 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 Da, 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 der Noskin da. Ey, Mann. Noskin. Hier sind acht Leute bei meinem Haus, Mann. Ich bin mit der rote Maske. Achso, der. Achso, ja. Das ist okay. Egal. Ich kann noch eine Runde. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Macht euch bereit, yeah. Weisst du, was ich meine? Aber du musst ihn nicht schenken. Ja. Achso, Nuno. Ähm. Ich muss raus mit. Das mache ich nicht. Nein. Äh, Nuno. Mh. Äh, Din ist live. Und ich würde gerade aufnehmen. Ist okay? Ja. Okay. Ich höre dich, du Esel. Ja, aber ich habe mich nicht durchgeschaltet. Aha, mein Mann ist am Staub saugen. Ja, deswegen, ja. Danke. Danke. Was für Rechnung? Was für Rechnung? Um zu suchen. Um zu suchen. Um zu suchen. Um zu suchen. Wo kommen wir Rechnung rüber? Ja. Das kann ich auch. Was passiert? Dann tue es auch. Hehehe, hast du nicht gehört? Also, dann tue es auch. Danke, Mami. Wie viel Vibox hast du nur noch, Nuno? Also, 1400 PC ohne Podcast. Du, 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 du. Nein. Nein. Du, 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 du. Aber du hast mir versprochen. Äh. Er sagt, das dazu. Alter, Muno, du weißt schon, dass Steam gerade live ist, Digga. Juck mich nicht, Alter. Es schaut eh nicht mal in mein live. Wenn ich live bin, mache ich da auch. Alter Ehrenmann, Digga. Er rülpst einfach seine Dreckszuschauer an. Er ist auf einmal Schabung geworden. Auf meinem Dreckskanal gibt es Dreckscontent mit meiner Dreckscommunity, Digga. Und er sagt ja immer so, herzlichen Willkommen auf dem wohl dreckigsten Kanal Deutschlands. Ich höre mich jetzt extrem laut doppelt. Ja, ich mich auch wegen Nuno. Ich höre mich jetzt besser, Jungs. Ja, und irgendjemand atmet voll ins Wien. Echte Dien. Wir haben auch keine Waffe. Ich komme gerade. Diggi, ich kann nichts machen, ich habe nur einen Sniper. Ja, und ich habe keine Munition mehr. Jetzt habe ich nicht einen Sniper. Mann, ich habe keine Munzen! Hast du den gerade geholt? Naja. Okay. Hey! Ich habe keine Nacken. Ja, ne doch. Und ich habe keine Munition, Mann. Und bin jetzt tot, Mann. Wir sind alles übelst wie Bobs, Mann. Ja, da sind ganz viele. Junge, warte bitte. Ein HP! Ach, ich bin's lebe. Ich schließe lebe gut. Hätte genau ein HP. Hey, okay, Jungs, ich muss auch. Ich komme nachher wieder online. Ey, nur noch zocken, aber ich bin kreativ. Wenn du wieder fetzt werde, würde ich gerne. Ja, ich glaube, ich rege, wie ihr benutzt. Mann, Mann. Hey, trennst du dann mit dem, äh, eure Banane erstmal wieder viel zu lang? Nein. Nein. Hey, ich habe eine Frage. Ich habe so eine Kreditkarte bekommen, aber nirgends steht eine scheisse Code drauf für die Karte. Schinig. Lüge meinen Arsch. Egal, man kann das nicht anders machen. Was findest du? YouTube. YouTube. Hey, warum ist das nicht mehr kreativ? Wie heisst du? Fortnite Bros, Fortnite Bros. Ich schicke dir schon einfach einen Link. Ich weiss schon, ich hätte dich ja mal abonniert. Echt? Ich mache Werbung für Coca-Cola. Kannst du mal doch einen Link schicken? Ja. Ja. Oder du bist du? Ich schicke dir ein Link. Ich bin einfach live jetzt. Dann hab ich es nicht tun. Er steht jetzt schon ein Link. Er steht jetzt schon ein Link. Äh, da, da, da. Nuno, da, da. Nuno. Darf ich deine Nummern liken? Ist nicht. Kommt es mal rein? Tja, tja, tja. Das schmeckt gut. Nuno. Wenn ich mir Vivax auflässe, dann schenke ich dir auch etwas. Fortnite Bros, Fortnite Bros. Ja. Finde ich aber nicht. Egal, du hättest einen Link schickst. Ja, ich hab keinen Bock mehr in die Zunge. Egal, du musst mir ja auch nicht so langen. Und Blüthlo gibt es so, wie man ein Profis schickt hat. Uuh. Ich hab' den Kontrollspieler. Ja. Ich hab' den Kontrollspieler. Minecraft Bros. Ich hab' den neuer Schuss. Ja, kein Minecraft Profis. Ja, kein Minecraft Profil. Nein, so ein anderes Best. Ey, hör mal auf. Kommt ihr eine Scheiß, schüss. Ich kann die Bauern, Mann. Die Zielhaltung, neuer Lieber, neuer Lieber, neuer Lieber, neuer Handeln. Oh, ganz schön. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Als ob du schneller schiessest. Tja. Das war wohl nix. Ja, ich treffe wenigstens. Ja, ich kann auch nix dafür, wenn du brauchst. Ja, du musst ja halt ein bisschen monomieren. Ja. 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 Du schießt halt direkt auf beides. Du schießt halt direkt auf beides. Ja. 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 sehen hätte ich aber besser wurde als ob er auch trifft die anderen versucht wieder mit seiner scheiß konie was zu erreichen und Okay. eure bad das war wieder viel zu lang holt euch dann ist er mir box einfach doch bitte es gibt 24 kathälen scheiß ich nicht Das war's. Oh, fuck. Schön gespielt. Schön, schön gespielt. Meine Cam ist verkehrt für die Zuschauer. Aber egal. Was ist meine Cam? Ich mache meine Cam. So, ich habe die Wand bekommen. Ich habe die gar nicht gemerkt. He! Ja, Dig auch um. Ich habe die eigene Wand. Ich mache es mit Cam. Der muss ich dort finden. Ich habe einen Link geschickt, Kollege. Ja, ich habe aber keinen Bock. Geht's weiter. Das ist schlimm. Ich muss mir nichts finden. Ich habe doch mal irgendwo kam. Ich bin mir nicht abgezeigt. Oh. Geben wir einen schönen Fisch. Kannst du mal aufhören mit Holzbauer? Ja. Ich werde mit mir eins aufhören. Ja. Dann ruht ihr mich an. Ja. 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 Ja, nein, ich kann jetzt ja nicht. Ich bin mit dem Nuno entzoggen. Egal, sie ignoriert es. Hat sie wollen? Sie wollte irgendwas mit mir besprechen am Telefon. Oh, ich bin stolz auf dich. Ich bin nur ein Kollege. Als ob du das scheiß Schuster trifft. Ja. 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 Oh, scheisse. 2 hp 2 hp ich raste aus ich raste die Tau rein ja ok dann gehl mir bitte nicht und da es wird dir ok jetzt hat er Hallo. 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 Ihr seht der Zuleigung, dass ich AGE mich genervt habe. Spass. Ich habe ihn mit dem Video gemacht. Ich habe ihn mit dem Video gemacht. Und Natiola lügte nur noch da. Ich weiss, ich habe mich schockiert. Ja. Ey. Was kommt das denn vorhin? Nee, nehmann. Ja, ich habe den Kopf bekommen. 20 minuten es ist eine schluss also auch hat man kurz jetzt gab es hinterkommt bild jeder baut mit seiner eigenen materiale wird mit metall aber was schon wenn wir material fertig ist denn dafür mit holz oder so das hattest du jetzt nicht erwarten ich habe so viele meine märkst und die märkst er hat kassi du kiel es die vor beteiligten mit stein und ich mit als ob er der scheiss schuss trifft der schuss ist so klinik ist auch gut für den schuss ob der märkte truffer mit materialien leer sind die baue ich mit stein er schießt auf der nun nur schluss aber gar vorbei das ist ein solch box als ob der mich wieder trifft nehmen wir mal nur pump und kohen weg und treppe wahrscheinlich auch noch alles mal im weg er darf nur picket spieler also auch bledoni bau alles er baut uns jetzt schuldigung ich was ist das ich 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 um mich ich Ah, ich habe den Dudo aufgemacht. Nein, ist nicht. Ich habe dann gehandelt und ein paar Hände zu gehen. Ey! Ich habe am Tag einen Headshot gegeben. Ah, da warst du da. Habe ich auf dich geschossen? Ja. Ah, dann ist der Ding genug. Ja. Kannst du nicht, dass ich den gleichen Skinbild dahinter habe? Nein, aber nein. Ich denke, ich bin sehr sehr durch. Jetzt haben wir die auch gesehen. Hm? Jetzt steht halt auch drauf. Das weiß ich nicht mehr. Ah, der Dudo aufgemacht! Der Dudo mit der Box ist gar nicht. Ich habe noch Kassi. So will du doch nicht. So will du doch nicht. Nur nicht bis als gar nichts. So will ich gar nichts. Nein, nicht so ganz. Ja, doch irgendwie schon. Ja, nur nicht mal eine Zahl und gar nichts ist gar nichts. Das stimmt. Ey, was brauchst du nicht mit dem Holz? Äh, mir kein Metall mehr. Also dann .... Dann baue ich das nicht mit an. Ich bin jetzt hier. Dann bin ich jetzt auch mit der ... Dann bin ich jetzt nicht auf der Treppe. Ja. Sie hat sie auf der Treppe? Du brauchst jetzt mit Metall und nicht mit Holz. Ich würd mit Holz bauen. Dann baue ich auch mit Holz. Ja egal, es ist doch egal was für Material. Oh, ich hab eine mit einem Hedgehog geh. Jetzt hab ich auch einen Hedgehog geh. Aber du hast auch kein Auto. Mach dicker. Großer den Ivox. Ey, als er trifft halt so gut. Jetzt ist er nicht mehr. Taro ich, ich seh wirb der Hubs noch an. Ja. Denk schon mach ein Video. Den wirst berühmt auf fortnite.com Slash videos. Slash gatchito. Wer schnippt mit mir? Der Nono wahrscheinlich. Nein. Nein. Ja, wenn es nicht wäre, wäre es doch einfach. Oh. Was versuchst du mit dir? Nein. Wenn und wir, Digga. Ach Digga, dann kommt immer die andere. Ich bin abgeschafft worden für dich, ganz klar. Ich kann auch durchspringen. Was? Und dann? Okay, okay, Digga. Du möchtest. Äh, ich lasse das Mikrofon heilen. Ich kann nur durchspringen. Ich kann nur durchspringen. Ich kann nur durchspringen. Ja, ich hab halt... Mein Kaminipamp hat halt nur noch 5 Schüsse gehabt. Ja und? Ich hab nur noch 5... Jungen, die hat insgesamt 5. Ich hab extra gemacht. Ich hab dich provoziere. Nein, ich wollte einfach killen. Hey Digga. Oh, nur noch schweiz, nur noch schweiz. Oh, nur noch schweiz, nur noch schweiz. Ich bin notfähig, ich bin notfähig. Ah, ich hab nur aus dem Kilt. Das ist ein Kilt. Das ist ein Kilt. Die hast du mit dem PC5 Controller spielen. Okay. Dein Spielschuf PS5. Ja. Du mal eh, Semi, deine... Ich hab keine Kilt. Krungel, das ohne S. Der Dien hat nur, eh, meh. Jetzt kann ich nicht, habe ich noch ein Kilt. Ich hab keine Kilt. Ich hab keine Kilt. Wieso teinst du die, die? Du bist ein Kilt. Du bist ein Kilt. Du bist eine Kilt. Du bist ein Kilt. Der Finger tanze. Man. Medizier doch, danke. Ja, pass auf, da vor der Vorhine kommt. Sag mal nicht, ich werde nicht immer so kilt für ihn, sorry. Asozial. Ausser, der nur noch spielt gegen mich. Dann werde ich richtig fair von ihm gekilt. Die gab mir die paar PCZ, ne? Und jetzt hat die Lün-Hopi. Die hat die Lün-Hopi. Ja, gell? Was soll da asoziales Drecksspiel sein, hä? Das ist eine Taktik. Ja, ja. Was ist das auf Scheiße denn? Äh, das ist das Park, ey, was hier? Ich hoffe, das Spiel wäre auf, ähm, wo uns basiert, nicht auf Kilt. Nein, ich würde sie einfach nehmen. Da, Mann. Ja, aber, ey, Nuno, ihr meint ja nicht böse. Aber du schießt, ich hab schnell und ich. Ja, na, du loppeln, wir haben einfach gut ins Internet. Ja, genau. Und ich hab gerade die Züge mit Glück, du hast gerade die Pampuse Kohl. Natürlich schießt die Schnelle. Wo ich das mal zieht, die kann man dann auch so schieben. Also, ja, die. Die Chöre, die so, oder? Doch. Doch. Und ob man durch kann ich auch abstellen? Na, na, egal, egal. Ah! Wieso hat er da nicht am Anfang gar gesagt? Wieso bin ich gestorben? Wieso bin ich gestorben? Wie viele Leute schauen zu? Ja, man glaub. Ja, der kann ja sagen, wann ich bin, oder? Ja, und ich auch nicht schlimm. Doch, tut er spannend. Barack Obama ist schwul. Nein, der schulere Maxi. Du halt. Nein, warte. Ich bis bis, 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 bis. Ich bin, bis, 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 bis. Beide, egal, bei, die schul. Du bist, bis, bis. Bei, die schul. Das wird. Ich bin, bis, bis. Ich bin, bis, 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 bis. die erste Kanzler nicht kann ich ja das nur der Grund eine Nase Kanzler nicht seit Kostet 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 Uhr er geht um Kostet er tut nach der Liedsjahr der Hanefin Töte Kostet performance modus ist halt okay du hast doch jede durch jede wand durchmögen da kann ich aber nicht machen er bitte den auch scheisse abuse geht hallo ja hallo aber der nika mitspieler er hat doch mitspieler ich danke machte er schon mittwoch ich sehe die ich habe aber du bist auch noch schlechter als ich ich möchte aber ich wird noch auch noch einmal spielen alle 8 entweder sie wird geholfen die gehalten ich habe mich sogar sehr wort man m die man ich alles ich will auch noch eine runde mitspielen ja ich bin drin mal wem luks zu er war streiselt ja trotzdem nicht jetzt ich weiß es ich habe ja ein 15 kinsgerlaub oder 14 nein ich habe wieder 0 nein du bist 15 nein bei mir schon du bist du wie mir schaut aber 0 du lächst du nicht wie mir und egal warum denn vorhin bei der headshot aber gar nicht direkt und kann ich nicht will bei ich habe wenn schwule hat sich aber aber entschuldigt sich wenn du mich begegst da ich habe natürlich spitz nicht pass auf er kann nur spring ich war machst du die nicht die flüsse auf pc oder ja 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 kann ich immer noch besser ich habe ich habe jetzt habe ich wieder 50 kills lass noch zwei runden machen und dann ich habe nicht mit anderen gegen die liegt aber hier sind so alle wie weg als hier sind alle in afrika gegen die der die die einen pamschuss und 3 schüttes gemacht du kolleg die kolleg du hast ich voll in meine war ein gespräch war ein dritter nein sagt soll ich habe euch sagt ob du schlecht ich sehe leider die machen kaputt oder nur noch macht kaputt. Ja, die. Gut. Von vorne und von hinten. Die. Weitere sollen machen. Egal, auch wenn ich wo gerallt sind. Vater und die Mutter gleichzeitig werden die dann nicht holen. Doch. Und geil, wir werden da zickzack mit uns machen, Digga. Und wir werden nicht mehr auf die ganze Zeit sagen, Boxlange Fisch, Boxlange Fisch, Boxlange Fisch, Boxlange Fisch. Komm schon. Dann muss man ja eher noch. So supportet man, Digga. Oh mein Gott, Digga, wie schlau gespielt, Digga. Hä? Hä? Zone ist mir unsichtbar, deswegen. Da kann ein Nachteil vom Performance los. Weil Zone bitte einfach quillt unsichtbar ist. Ja, ist halt so. Deswegen hab ich den nicht an. Ganz halt Diener, weil man durch jede, äh, man kann durch jedes Gebäude durchschauen. Sogar durch Metall kann man durchschauen. Ja, okay. Aber die Zone ist halt dafür irgendwie unsichtbar. Junge, ich hat, oh. Ich glaub, Fortnite hat Elite einfach, editieren einfach langsam ausmachen. Höh? Ich hab ihm Hedgehog gegeben, er spoilt sich so durch, Mann. Du musst sagen, der Hedgehog war aber schön. Ja, der nur hat mich wieder an der Akschüsse. Ja, der nur hat mich wieder an der Akschüsse. Ja! Die, da liegen Fische. Ja, ja, noch so viel Fisch, Mann. Ja, aber da liegen noch zwei. Du, da hast du was kassiert. Das ist noch relativ wenig. Noch eine und dann, äh, Kabel. Aber schon, ich hab' nur noch. Der ist halt so einer, der dauert einfach nur auf Kills absteigen. Ja, das stimmt schon. Alla, ich bin mir, Gorn hat wegen Arena wurde. Ich würd, ich würd irgendwie, ähm, Matchspieler, wo nur auf Wins äh, ähm, sich basiert. Ich hab' auch intelligenter. Ja, ne, warum komm' ich, wieso hab' ich denn nicht am Anfang nicht gespielt? Hä? Ich hab' den Dudu spieler. Din, warum kriegst du die Wand, Mann? Er kriegt alles. Din kriegt alles, Mann. Nein, PC bekomm' ich nicht. Jo, ich hab' die ganze Zeit Sachen gebaut, du hast immer zuerst gebaut, Mann. Ja! Jo, ich hab' noch eine Xbox. Also, haltet eure Feiße. Xbox ist leistigfähiger als eine PS. Äh, muss jetzt sehen. Weder PS5 vielleicht nicht. Noch eine Show. Xbox ist krass. Pieserbau. Jawohl, Xbox ist von der Performance her besser. Ey Junge, spielt doch mit AR, ihr gebt euch größere Hilfs, als wenn ihr euch die ganze Zeit pump-Headschatz auf die Distanz geht. Das ist doch egal. Ich triff mit der Pumpe. Team, du warst den Hasen hier. Ich hab' den Durschiss. Ich hab' den Durschiss. Ich hab' den Durschiss. Äh, lass' äh, Public meine ich. Ich hab' den Durschiss. Ich hab' den Durschiss. Ich hab' den Durschiss. Ich hab' den Durschississ. Ja, du hast mir ein Spiss geschenkt. Ich würd gar nicht von dir. Dafür bin ich sehr dankbar, Nuno. ich habe mich zu wenig bedankt für mein 2000 das gehen immer geschenkt hast du musst aber sagen ich habe ihn wirklich oft gespielt also ich habe irgendwie ein halbes jahr lang dieses ging gespielt ich habe ihm hätte gegeben diesen wasserball ich habe das direkt mein kondom kenyan ok nein nein jungen so ein bieter rocker ist und er macht mir zwei und ihr zweifel weil die haben perfekte luke und dann gehen wir zusammen zum spider-man holen das hier ein spiderman aber ich komme nicht mehr so weit das ist mein problem ich komme jetzt zu dir der spiderman er hat so kaufen ja ich habe eine markiert für die luther grad weil bei mir ist niemand landet ja ich bin hängen geblieben spontan wir haben das gesagt dass noch alle ganz oben waren das benutzen wir jetzt nicht kollegen das benutzen wir das ganze team jeweils es gibt 300 api pro person von ziele solch taus karte holen was machen muss man ja nicht gemeint wo du so bist gemeint wo du bist in voraus da ist mir auch ein bisschen snack ich habe selber nichts bekommen eine frau wie machst du das wenn du nichts essen mit der heistar wenn ich selbst ja ja es ist immer weiter die heute wenn sie dann fragt das ich habe sie doch auch in quarantäne nicht sie ist geimpft sie wusste aber im brüderischen karantäne er muss sagen die hatte ein blieb eines haus in karte gewollt was willst du jetzt ein keks nimm nur so ein simpum an ich hole ihn jetzt ich bin nicht gelandet wurde ich hole dich jetzt und jetzt in lüte neue gewerbe mehr und siehst du schon oder ich habe laut laut Ja genau, wenn ein Gegner kommt, dann bin ich schon wieder im Arsch. Ey, es kommt kein Gegner zu dir. Und es ist überall richtig laut. Nuno, pass auf, da kommt noch einer. Ich komme zu dir, Nuno. Ah, ein Snipe, cool. Ich komme. Ich dienke ganz schnell, ich fahre ich sonst. Ja, ich bin so schnell wie ich kann. Ah, du hast Taro rebootet? Ja. Okay, dann ist es auch gut. Nimmst du wissen, wo ich bin? Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Der Killing, der sieht lost aus. Ja, da sind zwei low, eine ist mega low. Ja, aber wir sind schon wieder gegner. Da ist so ein blaues Ding. Und dann gehen wir unsere Karten. Ey, die heiligt sich, die hat kein Schutz, gar nichts. Das ist jetzt halt, dass ich gerade der Duo-Kult habe. Den schaue auch, dass Spider-Man wieder aktiv ist. Gut. Ja, ohne Zoröcke. Oder ich habe nur zu HP. Ober, 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 ober. Bau, 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 Bau um dein Leben, Mann. Boah. Einfach duere Spare. Duere Spare. Die sind nicht so gut, um mit Spray abzuwehren. Ich muss mir nicht mehr aufzuhören. Ich kann mir das Spare. Okay. Okay, easy. Finish, finish. Der kommt. Digga, die Regende. Noch einer. Der hat nur Schild, der hat nur Schild. Oh, mein Gott. Ich muss erst mal da machen, Mann. So. Wenn ich das nicht in mein Video rein cut, Digga. Ja. Okay. Ich muss erst mal schnell Pause machen, bitte. Ja, nünn HP. Kannst du mal bitte Karte holen? Ja, mach ich. Ich versprochen. Aber ich darf ich schnell mich noch heilen. Ja, ja. Ja, Taru, bleib du in Wocky Wies und reboot uns. Nein, ich habe keinen Bock, dass wir das in der Reboot jetzt werden. Stimmt. Ja, dann Taru, geh da hin. Äh, wo dann hinter dir? Ja. Geh zu Timo, mach Double Reboot. Okay. jetzt. Ja. Ich bin jetzt noch Ch rubin. Dimm ich mir noch. Vielleicht hätte ich ein Biggin, dein Sohn kommt. Scheiße. Nimm auch Spider-Man. Und was? Gnimm einfach Spider-Man und was? Gnimm einfach Spider-Man und was? Geh mal Spider-Man und was? Da könnt ihr euch vielleicht treffend und Double Reboot machen. Mach in die Kamera, wie wärs nicht? Eine Generation wäre. Es sind nur 100 tics, alles gut. Es sind nur 100 tics Jungs. wenn man schießt wie man mit den torne weil da ist die zone was machst du ja ich will hängen blieben jetzt merkt man wenn er auch bei der meinung loch anhalte ich ja und die solange so viel los so ein bisschen editieren was so viel jetzt los jetzt los jetzt 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 oder so oder fernkampfwaffen vor dinge 2 da ist nur munition dafür hallo hat alles alle kleid von der hand würde ich das jetzt gut und hier kann ich auch ein bisschen haben ja oder ich habe eine waffe kann ich ein bisschen ja ich habe ich habe zu mir ja maki sie tropft ihr den europäischen ding wie heißt es meine munition das noch ein kassiber ja die würde ich nehmen ja ich glaube munition aber übrigens buchschmerkampung der buch hat nun kommen wir zu mir ich habe nicht mal eine karte jungs ich gehe in die zone nicht nur zu sehr freundlich ich kann nur leuchtet da er gewährt baut es gab es egal ihrer los aber schüsse ganz klar ich weiß nicht ob es sind die ball mit haben sie mehr los aber schüsse das schilder public ja das lauver das scheiß vorbeiget ist ist du nicht der woher will es bei bis ich weiß aber eben die anderen sind die bewerber das baut mich auch aber scheiß kreis 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 kre ja aber wir haben Zoller und aber macht den Wänden schon schnell ja mach ich ist ja mega easy ich weiss lustig bin ich hier schon mal bitte danke wir probieren die sohn zu flüchten im stress fang ist schafft wir können gegen gegner beschützt aber noch nicht so wenig ich habe es bei ich habe jump hat den kommen her total schenke blieb wir sind gegner die 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 これは konzentriert ich habe mich um die acht teams entdeckt die preschern jetzt erlaubt mich alle alle und kornkorn aufs andere dahin ist eine mann liegt jetzt bin ich da kann ich da kann nichts einfach ein bisschen verbauern den brust ich habe keinen herr kann jetzt wenn die pappel kann ich dafür so ich habe ihn leicht gestillt gerade aber ich nicht in einer runde sind nun achtmal mitgebt wir haben wir dafür da fangen und wo er in den hausern wie es schlicht und wie gut das so gilt noch ein doppelt wie gut erwarte ich kann mir noch kurz zwei bg wir fangen schon an weil sie doch mit den editionen die fliegt den direkte dann wurde nicht zu gar nicht so kann nun unter niegert hauern dort auch kein einer nun sorry taro mit der tage machen und okay darf ich sagen aber der modell ist noch was ich kann nichts machen sie muss okay dann noch zu lud mir brennt alles nun auf die fliegt jemand ist die kohle ist und ja schießt auf der gabe ich darf für eben klinge nutzer sind die bau digga dick litsch sich tue und ein ganzes team es müsste aber noch mal eine sie nur noch fünf leute mit mir sind bestimmt wir sind die vierteam wenn der andere nicht in der hofer hätte ich eine kühle die sind alle noch mal zurück und der geld habe ich muss essen kann ich auch noch wieder nur dann lassen und